Die Klimakrise ist keine Meinung. Sie basiert auf wissenschaftlichen Fakten. Auch wir als Zürcherinnen und Zürcher und wir als Stadtmagazin Zürich.ch müssen uns einen Teil zur Lösung beitragen. Darum wollen wir unsere Verantwortung wahrnehmen und im Auftrag unserer Community die erste Klimaredaktionsstelle der Schweiz schaffen. Gemeinsam geben wir am Klima die Stimme, die es verdient. Wir wollen aber nicht einfach unscharf darauf losberichten, sondern orientieren uns bei der Arbeit an drei Schwerpunkten. Klimapolitik, Klimaservice und Klimaprojekte. Für die Finanzierung brauchen wir deine Unterstützung. Gemeinsam arbeiten wir die erste Klimaredaktionsstelle der Schweiz. Jetzt Klimamember werden oder spenden. Das Klima und wir von Zürich.ch danken herzlich.